guten morgen an dieser stelle aktuell mit den charts vom cable also britisches fund us dollar wir schauen in den euro und nein in den euro stocks 50 so rum wollte ich sagen und das silber ist heute mit dabei bei den handelsideen zuvor allerdings erst einmal herzlich willkommen auch allen zuschauern hier auf facebook und wir starten mit dem risiko hinweis sie wissen es der ist in gänze zur kenntnis zu nehmen der handel mit devisen und cfds auf margen der kann zu verlusten führen ton ist hoffentlich jetzt auf facebook auch gut und wir können hier ganz normal in unseren tagesablauf hineingehen wie immer auch an dieser stelle noch einmal erwähnt die einladung wenn es fragen gibt bitte direkt auch in den chat hier auf facebook oder go to webinar hinein schauen wir auf das was heute von der nachrichtenseite her auf uns wartet wir haben hier um 8 uhr erste informationen aus deutschland bekommen den auf die auftragseingänge der industrie wir hatten hier eine prognose von 0,1 für den monat april die auftragseingänge lagen mit 0,3 besser als erwartet dann geht es weiter um 11 uhr spricht der bank of england governor carne mal wieder wir bekommen das brutto inlands produkt aus der eu und dann am nachmittag geht es weiter wichtig heute ist ezb tag das heißt hier um 13 uhr 45 da gibt es die zinsentscheidung und danach um 14 uhr 30 die pressekonferenz und ich hatte es ja gestern auch schon avisiert wir werden uns heute um 14 uhr gerne wer mag hier an dieser stelle noch einmal direkt treffen da machen wir eine marktanalyse und bereiten uns ein bisschen auf das event vor man weiß ja nie wie der markt reagiert punkte die wir hier dann auf der uhr haben sind auf alle fälle der euro zum us dollar und der dax das sind wichtige marken mal schauen was der markt bis dahin macht aber da kann einiges an bewegung reinkommen wenn hier die pressekonferenz am laufen ist was gibt es noch am nachmittag wir bekommen hier dann aus den usa noch die erst anträge auf arbeitslosenhilfe die produktivität außerhalb der handels der landwirtschaft die bekommen auch um 14 uhr 30 aus den usa die handelsbilanz und die lohnstückkosten also hier ein kleiner auszug aus wichtigen nachrichten für den heutigen handelstag das ganze bitte nicht als vollständig sehen sondern auch eigenes research machen weil es gibt viele viele nachrichten die wir hier nicht auf der uhr haben können die aber vielleicht auch die ein oder andere währung betreffen und aus diesem grund ist es immer wichtig wenn sie an dieser stelle selbst auch zum ja ich wollte gerade sagen zum stift greifen nein heutzutage machen was ja mit der maus das heißt an dieser stelle einfach mal im web nachschauen wie die nachrichten für ihre währungen sind und damit gehen wir direkt rein in die charts und wir starten hier mit dem euro stocks 50 heißt hier der blick in den tages chart hinein wir sehen es hier der abwärtstrand ist definitiv da untergeordnet läuft das ganze auch also rum wie numm egal was man jetzt nimmt ob man dieses größere hier nimmt oder diesen kleineren laufenden es kommt aufs gleiche endbild hinaus wir sind aktuell in einem guten rücklauf hier der hat am freitag und am montag deutlich nach oben performt nein am montag und am dienstag heute ist ja schon donnerstag gestern kam es dann zu ersten bremsspuren das heißt hier wollte der markt nicht so richtig weiterlaufen wir sehen es auch hier heute steht der markt schon tiefer wie kann es jetzt weitergehen ist hier die frage an dieser stelle und das ist ein wichtiger punkt und wichtige marker hier sind das tages hoch und das tagestief von gestern das heißt läuft der markt weiter übers hoch bei 3354 punkten dann haben wir gute karten dass wir hier als nächstes in diesen widerstand hineinlaufen bei 3381 haben wir hier dieses kleine hoch dreht darunter hier und das tagestief das haben wir liegen von gestern bei 3326 dann geht es eher auf die unterseite und was würde das bedeuten richtig diejenigen die hier auch die trends mitlesen das wäre dann eine bestätigung der nachfrage umkehr das heißt wir laufen dann wieder runter in die richtung des übergeordneten chart bildes das heißt in die abwärts gerichtete richtung anlaufmarker sind dann hier ich habe es schön mit grün markiert die support zonen um den daumen um die 3280 und 3246 punkte danach wenn sich dieser trend auch fortsetzt ist das nächste level hier am ausbruchsbereich um die 3216 punkte marke im oris dox 50 auch anzutreffen wir schauen uns das ganze auch noch mal hier im stunden chart an da wird das was wir gerade etwas nur in ein zwei kerzen gesehen haben viel viel deutlicher ersichtlich heißt also hier dass du mich mal kurz ein klein wenig weiter zusammen hier haben wir es gesehen dass hier war die letzte bewegung die im stunden trend ersichtlich ist und die ist schön nach oben rausgegangen jetzt haben wir hier aber die situation wir sehen es schon gestern sind wir hier über eine t oder unter eine wichtige marke drunter gelaufen hier haben wir es gebrochen und dann ging es jetzt hier ein bisschen seitwärts ist tingelt so ein bisschen rum und das hier ist die sogenannte nackenlinie hier unten haben wir sie liegen und die ist wichtig wenn das unterbrochen wird dann bestätigt sich dieses umkehr bild von gestern und das bringt dann den markt in wallung auf die richtung auch nach unten dann kann man sich schön orientieren welche anlaufpunkte denn da kommen mögen ob das jetzt vormittags schon passiert man muss es sehen man sollte es auf alle fälle vorbereiten nachher sehen wir was der markt daraus gemacht wird gehen wir weiter in den nächsten markt und zwar hier gehen wir silber wir gucken mal silber an gold hat ja auch ganz schön zugelegt die letzten tage genauso wie silber auch massiv angestiegen ist aber gestern ist jetzt was passiert wo man sagen muss da kam intraday plötzlich ganz schön viel verkaufsdruck aus schaut euch das mal an wir sind hochgelaufen bis ins widerstandslevel um die 1508 hinein kurz vorher hier haben wir gedreht das tageshoch gestern haben wir hier gesehen bei 1504 massiver abverkauf dann nach unten das ist immer ein zeichen kann einfach nur kurzfristige schwäche gewesen sein oder auch hier der punkt dass man sagt es geht jetzt wieder in die andere richtung das kann in diesen marktphasen immer mal passieren wenn man einfach auch merkt dass die edelmetalle so ein bisschen sichere häfen sind wenn die aktienindizes doch deutlicher in die knie gehen da haben wir gesehen dass der markt doch deutlich angezogen hat in den edelmetallen das ist die korrelative phase gestern ja haben wir das ganze gesehen in die cc noch mal ein bisschen gestiegen hier dann auch der mitlauf im silber und dann der komplette abverkauf wie geht es weiter welche marken haben wir da nach oben hin auf alle fälle mal wenn das doch nur eine kurze rücksetzverschnaufpause war mit einer kurz ganz ordentlichen tiefen korrektur dann haben wir natürlich die chance wieder nach oben zu laufen wir haben es ja gesehen am heutigen tagestief in einem gestrigen tagestief kam heute wieder stärker rein setzt sich das bild fort haben wir die chance nach oben zu traden mit blick zur unterseite wenn diese verkaufskerze doch bestätigung findet dann haben wir hier ein paar tagestiefs liegen das sind auch swing los im bereich der stunde hier um die 14 66 14 58 14 48 und dann kurz vor dem aktuellen trend tief bei 14 36 das ganze sehr gerne auch noch mal mit blick in die stunde da sehen wir es nämlich schön und das lässt sich sehr sehr gut traden wenn die stunde dann der richtungsgeber ist wie schon gesagt die finale entscheidung steht hier definitiv nach aus aber es war erst mal dann ganz schön ordentlicher schub nach unten und wenn man sich das kleine bild hier einfach mal anschaut hier geht der markt sehr sehr schön nach oben macht hier neues trend hoch in der stunde geht dann hier in die korrektur hinein um da noch mal ordentlich nach oben zu schieben und dann kam der große große abverkauf hier an dieser stelle und jetzt wird es halt wirklich spannend wir sind hier unten reingelaufen in dieses level und jetzt kommt es wirklich darauf an läuft der markt direkt wieder hoch oder fängt er an nach oben schön zu trenden das wäre dann die situation dass wir eher wieder erst mal kurzfristig die orientierung nach oben suchen läuft das ganze jetzt allerdings so ab dass wir hier nur eine gegenbewegung sehen und nach unten laufen das wäre dann die initial zündung dafür die bestätigung für das gestrige umkehrsignal und wie schon gesagt die anlaufpunkte wir sehen es hier schön im stundenchart auch drinnen das sind die swing lows die wir hier schön aus den korrektiven phasen haben und die können wir sehr sehr gut nach unten mitnehmen hier an dieser stelle also hier die 15 58 beziehungsweise etwas tiefer hier die 15 54 in diesem bereich im silber weiter geht es an dieser stelle mit dem währungspaar hier haben wir es britisches fund us dollar das auch wieder schön im tageschart mit aufgerufen jetzt muss ich noch mal gucken gerade hängt hier die systematik etwas fehlen kurz die daten warten wir einen augenblick jetzt haben wir da das britische fund us dollar jetzt sind wir noch in der stunde da wollte ich noch gar nicht hin das machen wir gleich da war der markt ein bisschen schneller das liebe zuschauerinnen zuschauer was wir hier sehen ist eine korrektur innerhalb eines steilen aufwärtstrends kanals das charttechnische muster hier wird genannt die bärische flagge und wir sehen es hier wir sind gestern reingelaufen wenn wir weitere stärke gesehen hätten dann wäre der markt hier drüber gelaufen und hätte sogar diesen abwärtstrend beendet das ist aber alles geschichte das ist nicht passiert zumindest bis jetzt noch nicht aktuell schaut es wirklich so aus der markt hat gestern hier mit schwäche reagiert und läuft aus dem kanal raus und da wird es jetzt wirklich interessant einmal in die stunde hinein zu schauen weil da haben wir schönes potenzial zur unterseite hin wenn wir weiter in richtung des abwärtstrends laufen heißt also hier der blick in die stunde bietet sich an wir sehen es wir sind rausgelaufen der bruch ist gekommen jetzt haben wir hier etwas seitwärts laufende phase wir haben es jetzt unten langsam angetestet und jetzt kommt es halt wenn wir weiter runter laufen also das ist genau das bild was wir hier im trading sehen wollen wenn wir merken der markt trendet nach unten und wir traden ja immer schön mit trends dann haben wir wirklich die guten karten hier runter laufen das heißt hier diese signallage wird momentan vom markt auch gespielt und dann haben wir hier schön die anlaufpunkte wieder aus den korrektur tiefs laufen hier wie der markt schön nach oben gelaufen ist und die anlaufpunkte die gut sichtbaren haben wir halt wirklich hier liegen um die marken von 1 26 42 beziehungsweise hier die 1 26 101 und dann haben wir schon hier den bereich des tagestiefs bei 1 25 nein das swing lows oder besser gesagt das trend tiefs hier wir gucken ja hier in den tag hinein das wäre dann die marke hier unten das aktuelle trend tief vom übergeordneten abwärts schub bei 1 25 5 88 also da ist eine menge fleisch am knochen dran das können wir schön nach unten mitnehmen dass also hier der blick in britisches fund us dollar übrigens wenn diese marke auch rausgenommen wird dann haben wir den nächsten punkt nach unten hin liegen die wahrscheinlichkeit ganz gut da dass wir hier in das low rein laufen das absolute jahrestief beziehungsweise hier das tief was wir gehabt haben letztes jahr im dezember bei 1 24 7 7 0 also da haben wir ganz gute karten schön nach unten zu laufen aus einer ordentlichen korrektur heraus und das ist ja immer das was wir auch haben wollen die korrekturen uns anzeigen zu lassen und dann mit dem trend nach unten zu laufen in diesem fall kam das umkehrsignal innerhalb der flagge auf tagesbasis und wir lassen uns das einfach hier durch den stunden trend bestätigen hier läuft es auch weiter das ist wirklich sehr interessant hier sieht man diesen trend wo der trend gebrochen wird ist ein gutes absicherungslevel und zielmarken haben wir da so jetzt schaue ich noch mal kurz rein in die chats hier an dieser stelle habe ich noch fragen fragen sind aktuell keine da auf goto fragt niemand auf facebook auch niemand das heißt an dieser stelle kurz noch der hinweis 14 uhr wieder live hier auf facebook mit der aktuellen marktbesprechung vor der ezb pressekonferenz da treffen wir uns heute unter tage ansonsten geht es morgen weiter um 8.30 mit der live besprechung unserer handelsideen und dann kam ja gestern auch noch das biespuk also der wichtige us-wirtschaftsbericht und da schauen wir direkt auch rein freitag also morgen nach der marktbesprechung beziehungsweise der besprechung der handelsideen und der großen chartanalyse dann in die us-wirtschaft das ist interessant und wichtig weil die zentralbank lehnt sich sehr stark daran an also dann sage ich mal wer nachher nicht dabei sein kann gute trades für den heutigen handelstag die anderen sehe ich dann nachher live um 14 uhr bis dahin tschüss